Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Gäste. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem 28. Jahreskongress. Wenn es richtig gezählt habe, haben wir 15 Vorträge und 20 Workshops. In den Vorträgen werden wir Ihnen, wie jedes Jahr, alle aktuellen Themen und Trends aufzeigen. Ich denke, dass Sie wie jedes Jahr auch mit reichlich neuem Fachwissen und auch mit Inspiration für Ihr weiteres berufs- und sonstiges Leben am Samstag nach Hause fahren werden. Ich denke, dass Sie wie jedes Jahr, alle aktuellen Themen und Trends aufzeigen.